Guten Abend liebe Leute, heute ist ja keine Wochenvorschau oder sowas, denn die Woche wird sowieso recht kurz mit Community Cup und so. Deswegen gibt es einfach jetzt mal Info zum Saisonstart der neuen Replay Liga. Ein bisschen für die Leute, die natürlich schon dabei sind, was sich vielleicht ändert und für die Leute, die gerade neu dazukommen, damit sie die Basics mal eben schnell zusammengefasst haben. Und deswegen gehen wir rein. Spiele allgemein oder wie ihr die Spiele organisiert. Es gibt für jede Liga einen eigenen Discord-Channel, da findet ihr genau die Leute, die in eurer Liga sind, damit ihr auch schnell den Kontakt aufnehmen könnt. Ihr könnt euch absprechen in dem Channel oder per PM, das ist mir relativ egal. Stimmt die Termine ab, denkt dran, dass ihr vielleicht nicht jetzt am Deadline-Tag quasi Kontakt aufnehmt zu der anderen Person, sondern das möglichst früh macht. Und vielleicht auch dann denkt, wenn ihr mal sagt, okay, ich habe nächste Woche, keine Ahnung, Klausurenphase, Urlaub, Arbeit wird stressig, dann könnt ihr gerne ein bisschen früher spielen. Die meisten sind da auch relativ locker dabei und spielen dann einfach eine Woche vorher oder sowas. Sollte es irgendwie doch mal nicht klappen, dass ihr bis zur Deadline spielt, muss bis zur Deadline ein Ersatztermin angesagt werden. Also dann auch bitte an die Terminabstimmung denken. Neuigkeiten, natürlich der Map-Pool. Dann haben wir Map-Veto entsprechend angepasst, weil wir haben jetzt neun Maps im Map-Pool. Dementsprechend muss eine Map pro Person mehr gevetot werden. Und als Mod ist nicht mehr, wie hieß es, Observer Plus, sondern Aliops, weil es da halt ein paar zusätzliche Funktionen gibt. Ein paar neue Indikatoren, die man hat als Caster, was dann so ein bisschen Quality of Life ist. Also das dann bitte beim Eröffnen machen und immer schön an Rot und Blau als Farben denken, nicht wahr? Bei den Deadlines geht es los am 15.10. für den ersten Spieltag, 22. für den zweiten, 29. für den dritten, 5.11. vierter Spieltag, 12.11. fünfter Spieltag. Für die Sechsergruppen ist das dann da vorbei und für die 7er und 8er Ligen, sprich die erste und zweite Liga, da ist der 19.11. sowohl für den sechsten als auch den siebten Spieltag die Deadline. Das heißt, da müsst ihr einmal innerhalb dieser sechs Wochen, müsst ihr einmal irgendwo zwei Spiele machen, außer ihr habt vielleicht gerade das Glück, dass eine der letzten Wochen euer Freilos ist. Also da ein bisschen drauf achten und wie gesagt, wenn ihr Spiele vorziehen müsst, macht das gerne, die meisten Leute sind dabei. Ansonsten sagt früh genug Bescheid, wenn was später wird, weil das natürlich auch für die Castplanung wichtig ist, um zu gucken, wer wann was machen kann. Replays, die sendet ihr einfach an mich, also ihr spielt, ihr speichert die Replays, ihr schickt sie an mich. Benennt die Replays bitte so, dass sie vernünftig zu erkennen sind, sprich, keine Ahnung, Spieler 1 oder Name 1, Name 2, Game 1, 2, 3. Bitte immer auch ein drittes Replay dazupacken, nicht nur zwei Replays schicken, denn das erspart mir viel Arbeit, wenn ich das dann eben an die Caster weitergebe, damit zwei Teilen spoilerfrei ist. So, Liga Pool werde ich wie in der letzten Saison auch erstmal ansetzen mit 100 Euro, sprich Preisgeld in der ersten Liga wird erstmal mit 50 Euro angesetzt. Die Casting, der Casting Pool wird entsprechend auch bei 50 Euro liegen. Wenn das ein bisschen mehr werden soll, dann habt ihr die Möglichkeit zu unterstützen mit der Adresse paypal.me. Da könnt ihr einfach was hinschicken, wenn ihr wollt. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch über den Streamlink von Streamlabs und so weiter machen. Und ja, dann bin ich auch schon am Ende für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, dann immer rein in den Discord, entweder direkt zu mir oder halt in den allgemeines Channel zum Beispiel im Discord oder den allgemeines Replay Liga Channel am besten, damit es dann einigermaßen themenbezogen da ist. Und ja, dann war es das für heute und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, good luck have fun für die Saison.